Der Prolog von Ochrit vom 21. Dezember Gedenken Die heilige Märtyrerin Juliana und 630 Märtyrer mit ihr Diese glorreiche Jungfrau und Märtyrerin hatte heidnische Eltern in Nikomedia. Als sie die Predigt des Evangeliums hörte, wandte sie sich von ganzem Herzen Christus zu und begann in ihrer Lebensführung die Gebote des Herrn genauer einzuhalten. Elefzius, ein Senator, war ihr Verlobter. Um sich von ihm zu lösen, sagte ihm Juliana, sie würde ihn nur heiraten, wenn er Gouverneur jener Stadt würde. Sie schlug ihm dies vor, da sie dachte, dieser junge Mann würde niemals eine solch hohe Stellung erreichen. Dennoch bemühte sich Elefzius und gewann durch Schmeichelei und Bestechung den Posten des Gouverneurs von Nikomedia. Juliana bekannte ihm daraufhin, sie sei Christin und könne ihn nicht heiraten, solange er nicht denselben Glauben annehme. Sie sagte, was nutzt es uns, uns körperlich zu vereinigen, doch geistig getrennt zu sein. Darüber erbost, denunzierte Elefzius sie bei ihrem Vater. Der erzürnte Vater beschimpfte sie, schlug sie und übergab sie dann dem Gouverneur zur Folter. Dieser befahl, sie grausam zu schlagen und ins Gefängnis zu werfen, blutend und voller Wunden. Doch der Herr heilte sie im Gefängnis und sie erschien vor dem Stadthalter völlig unversehrt. Er warf sie dann in einen Glutofen, doch die Hitze verbrannte sie nicht. Viele, die das sahen, kamen zum Glauben an Christus Gott. 500 Männer und 130 Frauen wurden bekehrt. Der Gouverneur verurteilte sie dann alle zum Tod und befahl, sie zu enthaupten. So gelangten ihre Seelen ins Paradies. Dann befahl der boshafte Gouverneur auch, die heilige Juliana zu enthaupten. Mit freudigem Geist ging Juliana zum Richtplatz, betete zu Gott auf Knien und legte ihren Haupt auf den Block. Ihr Kopf wurde abgetrennt und ihre Seele ging in das Reich des ewigen Lichts Christi, im Jahr 304. Elepsios traf bald die Strafe Gottes. Beim Segeln zerbrach sein Schiff und er stürzte ins Wasser. Doch er fand dort nicht den Tod, sondern schwamm auf eine Insel, wo ihn Hunde in Stücke rissen und verschlangen. Der heilige Peter, der Wundertäter, Metropolit von Russland, wurde in der Provinz Volhinien geboren und trat im Alter von zwölf Jahren in ein Kloster ein. Er war ein wundervoller Asket und Ikonograf. Er gründete ein Kloster am Floß Rata und wurde sein Abt. Gegen seinen Willen wurde er zum Metropoliten von Kiew gewählt und in Kiew von Patriarch Athanasius geweiht. Als Metropolit erduldete er viel durch Neider und Heretiker. Er leitete die Kirche 18 Jahre als guter und eifriger Hürde. Noch zu Lebzeiten errichtete er eine Krypta für sich in der Kirche des Entschlafens der Gottesmutter, wo seine heiligen und wundertätigen Reliquien auch heute noch ruhen. Er entschlief im Jahr 1326 und ging hinüber in seine wahre Heimat. Der heilige Märtyrer Themistokles Der junge Themistokles war Hürde und hütete Schafe auf einer Weide nahe der Stadt Myra in Lykien. Zu jener Zeit suchten die Christenverfolger den heiligen Dios Korides und sie stießen auf einer Wiese auf Themistokles. Sie fragten ihn, ob er denjenigen, den sie suchten, gesehen habe und wisse, wo er sich verberge. Themistokles, obgleich er es wusste, teilte es ihnen nicht mit, sondern bekannte sich stattdessen selbst als Christ. Er wurde gematert und enthauptet zur Zeit des Kaisers Dezios im Jahr 251. Lobeshymne Die Mutter des heiligen Peter, des Metropoliten von Moskau Als die glorreiche Mutter des heiligen Peter mit diesem schwanger war, träumte sie und sah in jenem Traum, dass sie ein Lamm hielt in ihren Händen, mit schlanken Hörnern ein Lamm ganz weiß. Zwischen den Hörnern des Lammes war ein wunderschöner Baum Und am Baum gab es duftende Blüten Und duftende Früchte umgaben die Blüten Die Zweige des Baumes waren mit Kerzen geschmückt Glühende Kerzen wie leuchtende Sterne Duftend mit himmlischem Wohlgeruch Wundervoll verwirklichte sich der Traum der Mutter Das sanfte Lamm stellte vorab Peter dar Die Hörner Peters Tapferkeit Der wunderschöne Baum, die Seele des Heiligen Die vielfarbigen Blüten, die Vielfalt seiner Tugenden Die Früchte, seine Werke der Barmherzigkeit Die glühenden Kerzen, seinen Glauben und sein Gebet Das, was der Mutter in diesem Bild offenbart wurde, bewahrheitete sich an Peter Betrachtung Wer nach dem Reich Christi strebt, wird Hindernissen begegnen Und diese Hindernisse sind vielfältig und verschiedenartig Besonders gefährlich sind die bösen Schliche der Dämonen Daher muss jeder Mensch, der eifrig um das Reich Gottes bemüht ist, auf der Hut sein Nicht jede leuchtende Vision aus der anderen Welt für eine göttliche Offenbarung zu halten Dass der Widersacher als Engel des Lichtes erscheint Zeigt sich im Leben der heiligen Märtyrerin Juliana Als diese heilige Jungfrau im Gefängnis lag Erschien ihr der Widersacher im engelhaften Licht Und riet ihr, den Götzen zu opfern und so die Foltern zu vermeiden Die erschrockene Juliana fragte Wer bist du? Der Widersacher erwiderte Ich bin ein Engel Gottes Gott ist sehr besorgt um dich Und daher hat er mich mit der Botschaft gesandt Dass du dem Stadthalter gehorchen sollst Damit dein Leib nicht mit Wunden übersät wird Der Herr ist gnädig Und er wird dir wegen der Schwäche deines unverwundeten Leibes vergeben Die Märtyrerin war entsetzt und verwirrt durch diese Worte Und sie fiel im Gebet unter Tränen zu Boden Sie bat Gott zu ihr zu zeigen Wer das sei, der zu ihr gesprochen hatte Da hörte sie eine Stimme vom Himmel Sei tapfer, Juliana Ich bin mit dir Und gebe dir Macht und Gewalt über den, der zu dir gekommen ist Und dadurch wirst du wissen, wer er ist Und der Teufel wurde gebunden und gezwungen zu offenbaren Dass er derselbe war Der Eva im Paradies in Versuchen geführt hatte Der Kain eingegeben hatte, Abel zu erschlagen Und Herodes, die Kinder in Bethlehem zu töten Den Hebräern Stephanus zu steinigen Nero, Petrus umgekehrt zu kreuzigen Und Paulus zu enthaupten Und so fort Auf diese Weise überließ sich die heilige Jungfrau Durch Gottes Kraft gestärkt Nicht der Täuschung durch den bösen Geist Sondern überwand ihn Durch ihr wachsames und eifriges Gebet Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Davids Reue Wie David nicht sündigte, als er ein Hürde und einfacher Mann war Wie er gegen Gott sündigte, nachdem er König geworden war Wie er seine Sünde erkannte, sie bekannte und bitter bereute Homilie Über den Propheten Elias So war der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe In diesen Tagen sollen weder Tau noch Regen fallen Es sei denn auf mein Wort hin Erste Könige, Kapitel 17, Vers 1 Der Klang dieser Worte ist für jeden sterblichen Menschen furchterregend Denn ein Mensch sprach sie, ein Mensch wie wir Jakobus 5, Vers 17 Nun fragt euch selbst, wie ein sterblicher Mensch die Himmel verschließen kann Sodass es nicht mehr regnet Doch fragt euch selbst auch, wie ein sterblicher Mensch die Himmel öffnen Und Regen auf den vertrockneten Boden herabfallen lassen kann Wir wissen jetzt, dass Gott die Himmel auf die Gebete von Menschen öffnen und Regen spenden wird Alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt Matthäus 21, Vers 22 Sprach unser Erlöser Wie Moses mit lebendigem Glauben und Gebet mächtige Wunder in Ägypten und in der Wüste vollbrachte Wie Joshua, der Sohn des Nun, die Sonne in ihrem Lauf anhielt So verschloss und öffnete auch Gottes Prophet Elias die Himmel Rief Feuer vom Himmel herab Und er wirkte viele andere mächtige und furchterregende Wunder Alle durch Glauben und Gebet Gott gab Elias die Macht, solche Wunder zu vollbringen Denn Elias eiferte um die Ehre Gottes und nicht um seine eigene Ehre Mit Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Herrschare eingetreten 1. Könige 19, Vers 14 Dieser Mann Gottes erstrebte nichts für sich selbst, sondern alles für Gott Gott war alles für ihn, alle Ehre, alle Stärke, alles Gute Daher krönte ihn Gott mit unsterblicher Herrlichkeit, furchterregender Macht und Gütern, die nicht zerfallen und nicht verwesen Matthäus 6, Vers 20 Deshalb ließ Gott Elias nicht sterben, sondern nahm ihn auf in den Himmel wie er noch Der heilige Elias hatte eine Seele, die so rein wie der Morgentau war Einen Leib so keusch wie der eines Kindes Und ein Herz und einen Geist so unbefleckt wie der eines Engels Gottes Und daher war und blieb er ein Gefäß der Macht Gottes Daher vollbrachte er Wunder und bewirkt sie auch heute O lebendiger Gott, du Gott deines heiligen Propheten Elias Der du uns durch die Taufe deiner heiligen Gnade gebracht hast Entflamme uns mit der Gnade und dem Eifer deines heiligen Propheten Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit Amin